So ein bisschen wie so ein Wald im Sommer. Zuerst habe ich gedacht, ein bisschen zitronig, das ist es nicht, es ist ganz einfach Natur. Frisch irgendwie, sehr blumig und nach Wiese so ein bisschen total frisch und angenehm. Was ist das denn? Blumig. Also es ist auf jeden Fall blumig. Also ich finde es hat total blumig gerochen, so richtig wie Frühling. Bisschen wie Jasmin auch so dabei, nach Natur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.